Hallo Boss, ich habe euch beide hier eingestellt. Wo ist Schober? Verdammt! Schober, Schober ist noch beim psychologischen Check, der müsste gleich kommen. Was habt ihr euch eigentlich bei der Scheiße gedacht? Na ja Boss, wir dachten, dass wir ein Dealer und wir hätten nie gedacht, dass er runterspringen würde. Hallo von Irin, ich meine, über diese Dinge Fischerscheiße. Ach so, dass ein Job nicht anders rumläuft, das kann ich nachvollziehen. Aber das Video Netz hochzustellen, das geht gar nicht! Wir hatten wahnsinnig große Panik, Boss, das konnte man doch sehen. So schlecht ist der Song doch gar nicht. Was? Oh, Gott. Oh, Gott. 5 6 6